So ihr Lieben, eine kleine Tour durch Calaradiala und wir fangen an mit unserem Lieblingskreisel ins Schro. Die ersten Segelschiffe sind schon da, der Strand ist auch schon gut besucht. Ende April. So und jetzt machen wir noch eine kleine Tour durch den Ort. Wir haben heute den 27. April 2023. Es ist richtig schön warm schon. Ihr seht was die Leute anhaben, Kleider, kurze Hosen. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020